Beatrice Egli begeistert erneut ihre Fans mit ihrem Outfit und lässt dabei richtig tief blicken. Die Schlagersängerin ist auf Instagram in einem dunkelblauen Kleid mit Tüllrock zu sehen. Besonderer Hingucker ist ihr Dekolleté. Kein Wunder, dass nicht nur eine Followerin anmerkt, dass der Ausschnitt gewagt sei. Der Schnappschuss entstand während Eglis Auftritt bei Die große Schlagerstrand-Party 2022. Während die 34-Jährige sich bei ihren Instagram-Followerinnen und Followern für den wunderbaren Abend bedankt, schütten die sie mit Lob zu. Wunderschöner Auftritt und sehr emotional schwärmt eine von vielen. Unter dem Bild, das Egli gepostet hat, heißt es, dein Outfit war mega, du sahst atemberaubend aus und du warst wunderschön. Dass sie ihre Kurven gerne zur Schau stellt, bewies Egli erst kürzlich, als sie schon beim Open-Air-Event Schlagerinsel mit tiefem Ausschnitt auf die Bühne trat. Auf manchen Bildern war sogar zu sehen, wie ein schwarzer BH hervorlugte.